Hallo und herzlich Willkommen. Ich werde jetzt hier im Garten ein bisschen joggen und dabei trage ich meine Farbwechseljacke. Und das tun wir jetzt. Los geht's. Dabei kann man sich so gut unterhalten, wenn man möchte. Und das ist das Schöne daran. Aber man unterhält sich nicht beim Joggen. Deswegen laufen wir einfach im Kreis und man kann sich trotzdem über mich freuen. ommer' 9 4 på Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und so ist das und so wird das sein. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal und tschau. Ach, Eistee. Lecker.